guten tag mir heute kommt zurück zu sonic 3 und knuckles im letzten part haben wir flying batteries von act 1 gemacht jetzt machen wir act 2 doppel kill all die ringer der welt sind mein oder auch nicht teils was machst du und tauben teils du wahnsinniger okay If you say so buddy Boing Arschloch move Ich meine ja nur Egal Okay Ja Ding Du 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 Mal schauen Wumm Ihr könnt mir nix, ich habe Feuer Shield Wo 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 Habe ich gerade irgendetwas verpasst oder so? Keine Ahnung, egal Au Hey, Hefte durchtötens Au Au Swanschhalter Okay Wenn du meins spiel Au Fuck warte das Okay So Einfach durchraschen Waschen würde ich sagen Ne Okay Wuuu Mehr ist der beste Ah Ich Ah Ich Das weiß ich doch schon Kaum sage ich das Kaum sage ich das Komm Geh runter Geh runter Geh runter Geh runter Geh hoch Agro Woa 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 Aaaaah Moment, da kriege ich besser hin, also. Ich töte alles. Alles und jeden. Geh runter, bitte. Danke. Platforming. How to platform with Sonic. Featuring P.K. Hilfe. Wow. Eggman. Bist du wahnsinnig? Ah. Es wird immer enger. Oh oh. Ich glaube, diesmal hat er mich. Diesmal hat mich Eggman besiegt, ne? Ja, diesmal hat er uns gearscht. Leute. Relativ gearscht. Ähm. Ja, wir sind... Ja, auf jeden Fall. Er hat sich selber getroffen. Ernsthaft? Komm zurück. Ich komm... Oh. Okay. Okay. Fuck, 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 fuck. Okay. jetzt ist es nur noch eine angenehme fahrt nach oben wenn es mal so weit wäre da ist das sind okay es trakt uns nach oben und jetzt er stoppt moment jetzt darf ich nicht getroffen werden sonst na was er zeigt man zurück ist auch mal wobei das heißt warum egal okay die pflegen zu dem tod ich bin ein toller mensch ich kann ich kann mich stolz auf mich sein und jetzt sein doppel ist schon okay cool so überhaupt nicht da 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 flawed Woaah! Woaah. Da da da. Woa cool. Let's not move. Woaah! Huh. ich wusste es nein jetzt schiebt mich das ding da rein what the fuck okay ich bin verwirrt aber das bin ich immer moment wo wie war das in vier bitte gegnert gegnert seltsamer gegnert was das kruzifix okay sheep ich bin relativ ja doch nicht kaputt okay irgendwie wie lange ist das level wo das danke weg ich lag genau im gegner ich land genau im gegner diese skills leute die muss man sich aneignen die hat man nicht vorgebracht dann das pyramide irgendwas 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 auf jeden fall okay das schaut aus wie eingang geht es dir gut oh nein ich bin im saad gefangen er wird mich zu den um oder wie oh mein gott er ist besiegt aber dass die okay den nächsten part machen wir sind doppel so neck 2 bis dann noch wiedersehen und